So, dann haben wir noch Bandagen mit. Das ist super. Eine Regenjacke haben wir auch. Ah, da ist schon mal ein bisschen Futter. Man kann open. Ich habe das hinterher noch nicht. So, eine Mütze. Mal hier rein. Oh, auf mich zu stören Lampe. Ja, ist auch nichts. Zack. Da liegt ein Buch. Toll. Ein Buch bin ich auch so. So, was haben wir denn hier? Oh, ein Blutpack. Blutpack. Zack. Weiter geht's. Jetzt wird mir angezeigt, dass ich einen komischen Ping habe. Mann. Es ist lange am Reisten mit den Servern, dass die alle Restart jetzt machen. Also zu denen hausen wir auf jeden Fall noch. Schauen wir mal kurz mal auf den anderen Server. Eieieie. Es hilft dem Restart, nervt er mich. Okay. So. Okay, mal da auch. So. 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 Boah. Boah. Ja, ich finde dadurch auch immer die andere Sachen. Ist halt so. Jetzt aber so blöd sein muss. Brauchen wir jetzt noch das Blutpackage? Nein. Natürlich nicht. Was geht da oben noch? Nein. Boah. Ihr Zauber nervt mich. Ihr Zauber nervt mich grad echt. Nicht schon wieder. So. Weiter. Wenn das jetzt wieder so ist, ist es nicht bei mir. Ah. Geht doch. So. Kann man eigentlich schon eine Waffe finden drin. Ist halt ein bisschen schade, dass wir unser Blutpackage nicht mehr dabei haben. So. 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 Schade. Ah. Hier. Hier. Hier dürfte aber aufgehen. Natürlich nicht. Was war das? So. Gute Trinken haben wir ja. Gute Trinken haben wir ja. Gute sonst noch was. Nein. Wir nehmen mal runter. Wir nehmen mal runter. Schür. Nehmen wir das mal kurz. So. Mal vier von denen. Mal mal kurz. So. Mal kurz. Super. Wo ist es auch mal her. Oh. Ich kann nicht. Wo werden wir jetzt sehen. Hähncäller. Viele sind sie aus. Die beiden Sachen. Gute noch nicht. Die Kür sonst noch was? Nein. Dies. Hier. Da legt noch Holz Hier legt noch was Mit dem Kabel Nee, vergiss es Ich mach die irgendwie gleich zum Verband zurück Posten mich eigentlich relativ Tag-Match-Box Nehmen wir mal mit Haben wir bis zum Feuer auch unterwegs So Hier mal drauf gucken Kann auch manchmal was liegen Nicht Blödsinn da runter zu sprengen Da hab ich mich auch schon geschafft So, war ich jetzt hinter dir schon Sieht so aus Da hab ich die liegen lassen, okay Gehen wir noch eins weiter Ähm, Waffen könnt ihr auch dafür Nach dem Wüstatt Könnt ihr eigentlich hier mal so weit Waffen finden Einfach mal immer ein bisschen rum Okay Hier Morsin Ja, das ist das Bad Dann Da oben So Morsin Können wir doch Das hier Glaub ich ranmachen Ja Das weiß ich doch Vielleicht brauch ich nur noch Moni dazu Also nicht zu Dann haben wir es Ja Ich komme hier nochmal auf dem Dach gucken Da musst du bestimmt noch die Leiterin Das ist mal die Leiter Dann Dann Geh mal hoch Hack Ach, mei Geh hoch Da bin ich für mich auch schon runtergefallen Zu schnelles Laufen So, jetzt kann man wieder nach unten So Da 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 So Hier wäre so nicht von da gekommen Ja, Zombies sind nervig Weil wenn man noch keine Waffe hat Löder Zombie Ihr verfolgst mich jetzt So, wenn man die Zombies downheaded, ähm Dann Verschwinden sie dann einfach, aber Haben auch mehr Leben irgendwie Bayonet Ja, das ist das Bad Richtig Auch so So, kurz wieder mal hinteren Dann werden wir mal wieder schnell Ich hab bei Kann ich mal nicht viel anfangen Oh, jetzt sind meine Hinter mir ganze Zombies, ja Klasse So, außer drüben würde ich jetzt nicht looten Ähm Ein Turm Aber erstmal sicher theoretisch auch Sind es ja nicht viel Man muss sich auch auskriegen, dass das halt ein Küken ist Gut und tue ich auch nicht Trinkt Und Essen brauche ich auch nicht Das ist super Was muss ich das eigentlich nur noch schaffen, dass ich ähm Bisschen was finde Nicht so viel Zombies in die Arme dort Bei den Zombies ist man dann doch bisschen schneller Aber Wem genauer man trägt Umso langer man ist Man Man Warte auf mich zu verfolgen Wer blöde Zombies Müsse ich jetzt meine Axt finden Müsse ich jetzt meine Axt finden So Warte ich noch mal so schlau Nein Nein Renn einfach Du hast keine Chance sonst Du hast dann Na Na Du hast Du hast Du hast Du hast Bis zum nächsten Mal.